So, liebe Zuseher und Zuseherinnen, die Berglochmusikkapelle Dürnberg bedankt sich recht recht herzlich bei der Trachtmusikkapelle Oberalm für die Nominierung zur Co-Body Challenge 2014. Das hätten wir euch zwar eh schon viele Leute von unseren Muse bei euch am 50-Jahr-Fest in September, aber wir tragen natürlich trotzdem gerne ein Video für euch. Und wie ihr es wisst, da sind die Dürnberger generell ein wenig anders. Darum hoffen wir in keinen Tunein, sondern haben wir uns was Spezielles einfallen lassen für euch. Gute Unterhaltung! Gute Unterhaltung! Gute Unterhaltung! Musik 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 Nominiert zum ersten Die Chefbauer Zum zweiten Die Drogsatzenwurm Zum dritten Die Zähnerhauser Die Bergknot Musikkapelle in Thürnberg gefreut sich über die drei Kapellen, über eine sortige Jause und wann sie es innerhalb von den nächsten vier Tagen das Video nicht allein gestehen habs. Danke! Fürat euch! Die Bergknot Musikkapelle in Thürnberg Wir hoffen euch hat es gefallen und wir haben auf jeden Fall ein Gauri gehabt bei dem Video. Zu den Nominierungen darf ich nochmal sagen, nominiert sind die Trachtmusikkapelle Schäffau am Tennengebirge, die Druckzapfenbuben und die Trachtmusikkapelle Zederhaus im Lohndau. Gerade dass ich es wisst, ich habe es vier Tage Zeit, sonst freut sich die Dürnberger Musik überjausen. Noch eines möchte ich noch loswerden, die Oberämer bauen wir sicher kein Zelt nicht auf. Das könnt ihr sechstens einlohnen zum Bier zusammen saufen, das können wir sicher besser als ein Zelt aufbauen. Danke, tschüss euch! Bauch! 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 Vielen Dank.